Vivian Blotzki setzt ihren Körper in Szene. Die Gewinnerin der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel musste sich schon im Laufe der Staffel freizügigen. Challenges stellen. Für Heidi Klum, 50, posierte sie beim Setcard-Shooting beispielsweise oben ohne, dabei bedeckte sie ihre Oberweite nur mit einer Buchstabentafel. Jetzt zieht sich die Beauty erneut vor der Kamera aus. Vivian veröffentlicht eine Reihe von neuen Nacktbildern im Netz. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Koblenzerin jetzt diese drei Fotos, auf denen sie ihren Körper so gut wie nackt präsentiert. Vivians Kurven sind auf den Schnappschüssen nämlich lediglich mit einem langen Streifen durchsichtigen Klebeband umwickelt. Dazu trägt die GNTM-Siegerin einen beigefarbenen Slip, ihre Oberweite verdeckt sie zudem mit ihrem Arm. Die freizügigen Picks kommen sowohl bei Vivians Fans als auch bei ihren ehemaligen GNTM-MitstreiterInnen total gut an. Edel! Betont beispielsweise die diesjährige Finalistin Nicole Reitbauer. Die Kandidatin Cassie Kassau schwärmt zudem in der Kommentarspalte. Einfach wow!